Heute ist es Zeit für die wichtigsten 5 Minuten des Jahres, zumindest für jeden Pyro, denn ihr müsst abstimmen. Kennt ihr YouGov? Das ist ein Meinungsforschungsinstitut und auf diese Umfragen beziehen sich sämtliche wichtigen Medien. Da kam ja letztes Jahr schon raus, dass über 57% der Deutschen Gegenfeuerwerk sind. Aktuell gibt es wieder so eine Abstimmung und da müssen alle Pyros einfach mitmachen. Es werden allerdings nur registrierte Stimmen gezählt. Das heißt, ihr müsst euch erst registrieren, da dann 5 Minuten Fragen zu euch beantworten und wenn ihr dann auf der Startseite seid, müsst ihr weiter unten die Umfrage beantworten. Aber wie gesagt, die Stimme zählt nur, wenn ihr registriert seid. Außerdem habe ich noch ganz viele andere Abstimmungen unten verlinkt und da könnt ihr auch noch mitmachen. Denn diese Umfragen zeigen einfach, dass nicht gefühlt alle Leute Gegenfeuerwerk sind und deshalb ist das auch so wichtig. Alle Links sind natürlich in der Beschreibung, also bitte abstimmen.